ARD Text im Auftrag von Funk das ist ein Mädchen das ist ein Mädchen Tommi hör mir zu ihr könnt sogar was einstellen die ganze Zeit verstehen irgendwo drauf drücken kannst du auch untertitel die ganze Zeit «Wir nicht ja du kannst es sowas wohl einfach so machen vorhin irgendwo auf dem Knopf drücken L L L L Britannis Deutschland und Deutschland bisschen nach und es ist oder jemand ist durch die Titel das ist von längst dem Betrachter ist noch heute Prozent bis sich keine Energie dafür hier drauf Mose Mose so ein Geschenk natürlich Auer mit mein Ohr ich bin zu befürchten ich bin ich jetzt ja wenn ich ein Pädophilor Fünftel ich werde mich jetzt gehen kann ich aber das ist ein Pädophilor Köln die 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 Bühne ich werde angetan erst wenn die Mitgliedstaaten sind das schon zum nein gekommen ist später aber auch schon in diesem haus und es ist schon der politischen hohen ja schon lange seitdem sie geschaffen hat die kommen ja das ist noch nicht n seit 2012 einfach steht für 2 so geht er mit ihnen Papa ich habe mit dem Preis der Grund das Boni das ist ein Verhältnis von der Bedeutung schafft 2 mit schulden ich könnte nun mit Schildern sie belegt 3 nicht rausspringen für die Welt so uns hat man die Kunde Kurs von unten machte die Tür auf da und jedoch aber erst mal in die Räume muss das ganze Spiel begutachten bis zu hier in der Lauter in Schatten hinter dir den Schatten hinter dir den Schatten hinter dir ja denn ich hatte heute hinter dir und ich hatte manche das verschwinden ein Schatten hinter dir war auch guck wir haben die Köln der Köln die Leute brauche hübschütteln das sind mehr Teiler das sind ja wie nimmt mehr wie die Uhr er schon schreckt die schwingen hat und schickst und verkürzt ihn nicht aufmachen ich wollte von zeitung leben und da steht es und kompromiss spiegel beziehen kann nicht dass du ein geist oder so wirst du hast kein spiel wie du guckst die vor kommers in die die was für mich was kommt zu gucken kommt von diesem Haus ja aber erst um siehst du es wenn der Mann tötet die Türen im Film Nein, der Mann tötet die da so gleich. Und wenn man nicht will, ich jetzt nicht zu viel spoilern. Du musst zum Telefon hinter dir. Ich habe das Spiel schon gespielt, deswegen bist du. Ruf an. Halt mal einfach aus. Jetzt kommen die Zombie zu. Nein. Jetzt kommen die Zombie zu. Zombie, da ist man gestorben. Ich guck erst mal drauf noch draußen. Wow. Hier ist doch ein Auto, das ist doch offen. Ich habe hier noch ein Auto, das ist doch offen. Das ist schon. Hey, ich habe schon geklappt. Köln das war dadurch Köln er soll sich erschreckt das auf 9 ich bin 9 er sollte er ankommen ich bin weiter zurück nicht dahingehend ist nicht da vor den vor dem vor die Tür dann nicht hingehen sagt ich doch jetzt schon mal da zu dieser Tür nein guck mal jetzt guck mal jetzt links da meint ich jetzt hier der Muskeln ich dachte man sollte sich vor den Fenstern halten der meinte damit nur ihn weißt du was hier draußen los ist ich meinst lasst uns ein paar und wir haben jetzt die Spielsbeine das passiert dass sie rauchen ganz gut doch viel mitgenommen Prozent der Kugelser draußen die nicht jetzt ich das die 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 70 ich hab glaub ich hab sogar das kann viele sind gestorben viele glaube ich wie viele sind es gestorben viele glaube ich bis zur Antwort und ist um einen letzten Mann gucken TK das weiß nicht und hier kommt viele zu sich nicht nur hier ja es gibt nur 15 Minuten und deswegen werden mehrere Teile kommen und über die Warte ihr werdet jetzt sehen ja hier ist Trennung des ersten Teils zum zweiten Teil du musst auch erstmal speichern und Ciao es könnte auch schon mehr Teile sein und vielleicht ist es jetzt schon das zweite Teil und und das wird dieser zweite Teil und das ist der erste Teil und es wird dieser zweite Teil Untertitelung des ZDF für funk, 2017